Hallihallöchen, Popöchen und willkommen zurück bei Fallout New Vegas hier auf dem Johnny-Doh-Kanal. Ja, wir wollen uns irgendeine Rennbahn anschauen. Ich bin mal gespannt, ob wir Rennen fahren oder Rennen werden. Oh oh. Was denn? Wo denn? Doofe ist, ich sehe nichts. Klasse, wenn man oh oh sagt und ich sehe nichts. Ah, Skorpion. Eine Rad-Skorpion. Da bin ich aber Rad weg. Höhö. Oh. Ich sehe diesen anderen nicht. Ach, da. Da ist ein kleiner, ne? Was? Oh. Was ist mit dem Freund da hinten? Nein, nein, nein. Ah, geht doch. Hä? Ich konnte ihn nicht anvisieren. Das habt ihr mal auch gesehen, oder? Warum ist der denn jetzt da hinten? Nein, das weiß doch auch keiner. Nein, das weiß doch auch keiner. Das hört sich hier fröhlich an. Das hört sich alles so fröhlich an. Mitglied der Schakale. Ah, ich treffe gar nichts, ey. Kann nicht wahr sein. Na, jetzt treffe ich auch mal was. Hör doch mal, um wegzubringen. Ich verziehe mich. Warum? Du musst dich auch nicht verziehen. Wann das für den Sinn? Oh, Messer. Was soll ich mit dem Messer? Oh. Warum wird der mir nicht angezeigt? Ziehen wir jetzt da so eine Herde hinter uns her? Jo. Hä? Auch manchmal echt strange. Nein. 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 Vor allen Dingen, wo kommen die jetzt alle her? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren, weißt du? Psycho, Bettsteine. Teufels-Eier. Hm, yum, yum, Teufels-Eier. Sehr gut. Elektroschort, Fleisch und Boden. Kronkorken. Hä? Irgendwo soll hier was sein. Ich weiß es aber nicht wo. Ach, da hängt schon wieder so ein Ratskorpion irgendwie fest. Das ist es. Ja, Schakale. 10 Minuten. 10 Minuten. 10 Minuten. so lass mal mal gucken, hier kann ich meine Waffe, meine Waffe, ja die, ne die ist ja repariert 9mm bräuchte ich vielleicht mal ein bisschen, hier sind die echte Gegengift, kann ich mal ja stellen, akzeptieren, Gegengift, jo, einmal, und Bildwasser kann ich auch nochmal machen, einmal, super ok, da geht da nix, ah, hier haben die gepennt und so, ne, die ist leer, die Munitions, Minenkiste, achso leicht verschlossen, jo, läuft, wenn es denn nur läuft, stieß, Splittergranate die kriegst du nachher ich weiß, weil du so Spaß dran hast, an Splittergranaten und so das ist ja kein Geheimnis Riesenameisen was bringt mir da, wenn der rumverkrüppelt ist ok, jetzt ist sie gesprengt, das sieht natürlich schon geil aus da 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 habe ich mir schon neben der stadtweite neben mir stand habe ich mich echt mega schritt so das haben wir auch entdeckt damit dann würde ich hier zum ist ein paar trockensee gehen der müsste irgendwo hier vorne seine so und ameisenbauer schon klarstellen naja ist vielleicht jetzt nicht gerade so spannend weil wir keine quests an sich machen mitglied der schakale und die sie sogar relativ gut aus müssen date 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 dann halt nicht sie möchte kein date hat sie ausgedatet hat sich wohl ausgedatet schade hättet gehabt gerne mit ihr so mein was essen hier hilfsmittel so das heißt wir haben das jetzt hier auch entdeckt dann schickst du mit schlag mich tot auch muss rattenfleisch hat nachgelassen johann schickst du mit schickst du mit Erwischen. Aua. Oh, irgendetwas ist hier aus. Ein Zentaur. Was kann der denn? So, ja, ja, ich bin wieder schwer erkrankt. Sieht mir ähnlich. Sehr gut. Oh, das höre ich auf das. Okay, aber viel zu gut. Zu entdecken wird jetzt nicht wirklich, ne? Als ob man dem irgendwie noch den Kopf weit zertrümmern könnte. Ist der jetzt hin? Joa, das bin ich wohl auch gewohnt. Schöne mal was. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich hab keinen Strahlenschutzanzug gerade. Fühlt nochmal auf. Äh, warte mal. Äh, war dabei und die Vredex. So. Warte, wo ist das denn? Hä? Muss ja hier irgendwo direkt sein gleich, huh? Ah, Mitglieder der Schakale. Okay. 31 Prozent. Joa, das macht Schaden. Sorry. Oh. Oh, der ist aber gemein da hinter versteckt. Äh, so 35 Prozent. Oh. Ups. Ich glaube, ich habe ihn in die Luft gesprengt. Naja, passiert. Ach, nicht schon wieder sowas. Jetzt hier. Ledergürtel habe ich jetzt nicht. Äh, Magnumpatronen, Ameisenfleisch, Cowboy, ne frische Apfel, Kronkorken. Ne, das freu ich auch nicht. Machete auch nicht. Schmutziges Wasser. Joa. Wein. Ja. Wer wird denn da nicht weinen? Ich will keinen Cowboyhut. Warte mal. Ich würde gerne meine Waffe reparieren, meine 9 Millimeter. Ja. Weiß ich, was hat die? 16. So, was hat ihr jetzt? 18 Schaden. Boah, lass ihn mal kommen. 61. Warte, da, 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 das Pein. Ich bin Schlimmeres gewohnt. Die wird erst nicht angezeigt, ne, die blöde Kuh hier. Okay. Oh, gut. Hat auch einen Schuss gereicht. Magnumpatronen. Oh, das brauchen wir nicht. Kronkorken. Tycho. Hülsen Magnum. Todas Prospektor. Prospektor. Kronkorken, Pinienkerne. Rebound. Das Wasser. Hülsen Magnum. Absinthe. Scotch. Scotch. Nehmen wir mal mit. Scotch oder gar nicht. Damit kann ich, glaube ich, meine Rüstung noch mal reparieren, ne? Ja. Neuner Eisen. Soll ich mit neuner Eisen. Soll ich mit neuner Eisen. So, lass mal gucken. Metallrüstung. Reparieren. Zack. Waffen. So. 25er Schuss. Alles so dasselbe, ne? Oh, oh. Moin. Wir sind's. Die Neuen. Wir kommen jetzt öfters. 95. Bein, Bein. Zweites Bein. Drittes Bein. Viertes Bein. Oh. Wo? Wo? Ich bin schlimmer, dass gewohnt. Ne, stürzt dich doch nicht immer vielleicht, äh, direkt in den Kampf hinein, das ist manchmal ein bisschen, ne? Arminor Outfit, ja, das wollen wir jetzt nicht. Ne, geh doch mal weg da. Mhm. Mhm. Truhe ist leer, okay. Verschlossen. Ja, verschlossene Truhe machen mich ganz, ganz wibbelig. Lederrüstung. Metallrüstung. Da kann ich meine Metallrüstung nochmal, äh, mit Reparieren. Ja, ja, ich bin überlastet, ich weiß. So. Da bin ich immer ganz, ganz schwach. Öffne Truhe. Öffne Truhe. Schlösser heute. Öffne Truhe. Achso, die leere Sunsets Apriler Flasche. Das ist leer. Das ist leer. Das ist leer. Das ist ein zerstörtes Buch. Achso, warum leer, öffne ich denn Kisten, die eh als leer markiert werden. Verschlossen. Leicht. Leicht ist gut und verschlossen ist immer gut. Na. Ne. Was denn jetzt? Geh doch auf, du blödes Schloss, Mann. Zehn Millimeter Patronen, eine Schussflinte, äh, was soll ich denn damit? Hülseflinte, äh, oh, Kronkorken. Äh, ich bin schon wieder überlastet. Äh, äh. Haben Sie was Feines für mich? Ja, ne Knarre habe ich für dich. Nein, den Kleid habe ich nicht dabei. Ich trage selten Kleider. Ich wüsste auch nicht wofür. So, warte mal, ein Schussflinte, hier, nimm die mal. Was bringt die denn? Oh. Ein bisschen, ein bisschen Schuss hat sie. Karawanenschrotflinte. Äh, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das reicht aber erstmal so, was du mit schleppen darfst. Sunset, Verkaufsautomato. Da haben wir noch drei Flaschen. Oh, Hunde. Hydra. Cat Eye. Wodka. Neun Millimeter Patronen. Erste Hilfe. Kojoten. Kautabak. Medix. Sehr wichtig. Ein Eimer. Keine Ahnung, was ich mit dem Eimer soll. Stange Zigaretten, das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Nachladebannung. Durchschlage Raketenkraft. Okay. Machen wir mal so eine Rakete, würde ich sagen. Akzeptieren. Oh, fahr mal. Ach so. Bin ich jetzt zerleg? Ne, oder? Ach, dann will ich reparieren. Zerlegung. Paket Munition. Und dann zerleg ich die jetzt nicht, oder? Ich will das gar nicht. Ich lass einfach mal die Finger da. Nein, ich bin überlebt. Nein. Veronika. Veronika. Ich bin überlastet. Jetzt lassen Sie nicht das schwere Zeug tragen, oder? Ja. Warum mich? Alter, was hab ich denn jetzt hier? Warum mich denn so überlastet? Was hab ich denn jetzt so was schweres hier, ey? Frischer Apfel, der ist bestimmt schwer. Geckohaut. Geckoei. Geckohaut. Große Flasche Whisky. Die Hülsen wiegen nix, ne? Korken. Genau. Ich geb dir alle meine Kronkorken. Ich bin doch nicht bekloppt. Hey, ich komme nicht mehr richtig vom Fleck. Oh nein, du bist jetzt auch voll, oder was? Das gibt's ja nicht. Was hab ich denn jetzt gemacht? Was hab ich denn jetzt gemacht, weil es so schwer ist? Hülsenmügel? Hülsenmügel? Was hab ich denn jetzt gemacht, dass ich so schwer bin? Das kann doch nur ein Fehler sein gerade. Letztes Stein können wir auch hier lassen. Munition, ey. Hä? Gesamt. Irgendwann muss er richtig, richtig Gewicht gerade haben, ey. Ich wüsste aber jetzt nicht gerade was. Was hat denn jetzt so viel Gewicht? So, die Folgen, alle weiteren Folgen fallen aus, weil ich bin zu schwer. Ich bin zu fett. Mini-Atombombe. Ja, die hat kein, also es wird wahrscheinlich schwer sein, aber nicht so schwer. Was hab ich denn... Was ist denn jetzt? Ich hab bestimmt was zerlegt und, äh... Das war, glaub ich, vielleicht nicht das Schlauste. Wie soll ich denn... Ich kann so nicht mal schnell reisen. Gewicht, Metallrüstung, 30. Aber, ey, 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 wir reden hier von 771. Was hab ich denn jetzt gemacht? Hey, ich... Ja, 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 hey, ich kann nicht weiterlaufen. Aber ich folge Ihnen im Geiste. Ja, dann folgt mir mal im Geiste. Ey, was ist denn jetzt so... Raketen? Ne, die haben kein Gewicht. Raketen Hochgeschwindigkeit. Raketen Entzündbar. Ranger-Helm und Rebound. Also, da kann irgendwie nix mehr... Hä? Ich glaube, ich muss doch mal irgendeinen Cheat eingeben. Ah, Strom... Hä? Stromleiter? Was soll ich denn damit? Klar, 500. Geil. Ja, ja, Veronika kann auch nix mehr tragen. Hab ich mitgekriegt. Stromleiter? Äh... Wo finde ich denn jetzt hier und da sonstiges? Stromleiter, da... Ja, komm, hier. Fupp! Oh, der ist immer so... Oh, ist das wertvoll! Das ist immer dann, äh... Sehe ich nämlich jetzt erst, dass es so wertvoll ist. Wir können laufen, wir können uns bewegen, wir gehen verkaufen. So. Ich weiß nicht genau, was ich getan habe, aber es war vielleicht falsch. Guten Tag. Guten Tag. So. Wir werden auf jeden Fall mal eben eine Schnellreise... Reise. Station in der Wada Highway Porto. Hast Platz Nippen? Warte mal, wo waren wir denn? Das haben wir auf jeden Fall noch nicht, äh, erkundet. Wir waren da. Das haben wir gemacht. Oh ja, war auch... Groß Baracke? War das das? Ne, oder? Hä? Doch! Nein, wo ist der Händler hin? Nein! Wo ist der Händler? Na ja, dann sehen wir vielleicht in der nächsten Folge wieder. Auf jeden Fall euch. Ciao. Mit Frau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!